In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Wurzelgleichungen lösen kann, beziehungsweise welche Probleme oder Gefahren beim Lösen von Wurzelgleichungen auftauchen könnten. Bevor wir mit den Beispielaufgaben anfangen, gibt es zuerst ein paar einfache Grundlagen, die uns später helfen, schwierigere Sachen zu verstehen. Hier habt ihr zum Beispiel eine sehr einfache Potenzgleichung. Ich suche 2 gleich 4 und wenn ihr diese Gleichung lösen wollt, dann sollte jeder noch wissen, man muss einfach die Wurzel ziehen. Wenn man die Wurzel zieht, dann gibt es in diesem Fall zwei Lösungen. x1 ist gleich 2, beziehungsweise x2 ist gleich minus 2. Sehr vereinfacht formuliert können wir an dieser Stelle dann behaupten, dass wir die Wurzel benutzt haben, um die hoch 2 beim x wegzubekommen. So ähnlich funktioniert es auch bei den Wurzelgleichungen, nur in die andere Richtung. Wenn ihr zum Beispiel diese einfache Wurzelgleichung vor den Augen habt, Wurzel x ist gleich 2. Natürlich ist dann euer Ziel, die Wurzel wegzubekommen. Dafür müsst ihr das Ganze hoch 2 nehmen oder quadrieren. In diesem Fall verschwindet dann auf der linken Seite wieder die Wurzel und auf der rechten Seite wird die Zahl mitquartiert. Deshalb haben wir hier 2 hoch 2 stehen. Wenn wir das ausrechnen, dann haben wir ja schon die Lösung und die lautet x gleich 4. Und wieder sehr vereinfacht formuliert, können wir nach dieser zwei Gleichung eigentlich behaupten, dass sich die Wurzeln und die Quadratfunktionen gegenseitig aufheben. Für diejenigen von euch, die mit dem Lehrstoff im Unterricht soweit sind, ist das das typische Verhalten einer Funktion, ihrer Umkehrfunktion. Also, die Wurzelfunktion ist die Umkehrfunktion der Quadratfunktion. Und das Ganze gilt natürlich auch rückwärts. Aber keine Sorge, für diejenigen von euch, die diesen Begriff der Umkehrfunktion nicht kennen, das spielt keine Rolle für das Lösen der Beispielaufgaben, die noch kommen. Noch zwei einfache Eigenschaften, wie wir gleich sehen werden, nur am Rande eine Rolle beim Lösen von Wurzelgleichungen spielen, sind Definitions- und Wertebereich der Wurzelfunktion. Zur Erinnerung, hier habt ihr nochmal das Schaubild der normalen Wurzel-X-Funktion. Und wenn wir sozusagen den Definitionsbereich ablesen wollen, damit sind die x-Werte gemeint, könnt ihr schon am Schaubild erkennen, dass man in die Wurzel eigentlich nur positive Werte und die 0 einsetzen kann. Deshalb kann man sagen, Definitionsbereich ist r plus mit einer 0. Oder, alternativ, wenn euch diese Schreibweise nicht gefällt, kann man das auch als Intervall schreiben von 0 bis unendlich, wobei die 0 natürlich dabei ist. Der Wertebereich ist auch hier, glaube ich, gut erkennbar. Alles fängt bei 0 an und zieht langsam aber sicher ins Unendliche. Und deshalb, der Wertebereich geht auch von 0 bis unendlich, wobei die 0 ebenfalls dabei ist. Und hier schon die erste Beispielaufgabe. Damit ihr besser den Schwierigkeitsgrad dieser Aufgaben einschätzen könnt, werde ich die ersten zwei Aufgaben als einfach bezeichnen. Natürlich werden wir uns bei den nächsten Beispielaufgaben dann entsprechend steigern. Und jetzt legen wir los mit unserer Gleichung. Damit diese Wurzel irgendwann mal verschwindet, empfiehlt sich am Anfang zuerst die 1,5 rüber zu bringen. Und das kann man machen, indem man einfach mit dem Kehrwert durchmultipliziert. Also der Kehrwert von 1,5 ist natürlich 2,1 oder 2. Und damit haben wir auf der linken Seite dann nur noch Wurzel aus 2x minus 1 stehen. Und auf der rechten Seite 2 mal 2 sind natürlich 4. Dann können wir quadrieren. Das deute ich jetzt auf diese Weise an. Entsprechend ist dann auf der linken Seite die Wurzel komplett weg. Bleiben nur noch 2x minus 1 stehen. Und auf der rechten Seite, müsst ihr aufpassen, die 4 wird natürlich mit quadriert. 4 hoch 2 sind 16. Und jetzt formen wir nur noch nach x um. Das heißt, wir bringen zuerst die 1 rüber. Dann haben wir 2x sind gleich 17. Und dann am Ende noch geteilt durch 2. Somit ist x entweder 17,5 oder 8,5. Man könnte an dieser Stelle denken, dass die Sache damit erledigt ist. Allerdings ist das nicht der Fall. Bei Wurzelgleichungen seid ihr immer am Ende verpflichtet, die Lösungen zu kontrollieren. Das heißt, übersetzt, ihr nehmt diesen Wert, was ihr hier für x rausbekommen habt, 8,5, und setzt es oben in die Gleichung ein. Und schaut, ob tatsächlich links und rechts das Gleiche rauskommt. Sieht dann wie folgt aus. 1 halb mal Wurzel aus 2 mal 8,5 minus 1 soll angeblich 2 ergeben. Okay, wenn wir diesen Term unter der Wurzel zusammenfassen, dann haben wir 2 mal 8,5 sind 17. 17 minus 1 sind 16. Wurzel aus 16 sind 4. Und vorne steht noch 1 halb. 1 halb mal 4 sind tatsächlich 2. Also, damit war die Kontrolle in Ordnung. Und erst jetzt könnt ihr tatsächlich behaupten, dass das hier die Lösung eurer Gleichung ist. Eine kleine Bemerkung noch an dieser Stelle. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon gedacht, hier den Definitionsbereich zu überprüfen, statt diese Lösung zu kontrollieren. Wie wir bei der letzten Aufgabe sehen werden, ist der Definitionsbereich nicht so wichtig, wie man denkt. Oder anders formuliert, reicht dieser Definitionsbereich nicht aus, um die Gültigkeit der Lösung zu beweisen. Der Grund dafür werde ich dann auch später verraten. Aber schauen wir uns erstmal die zweite Beispielaufgabe an. Wenn ihr die 2 Gleichungen links und rechts vergleicht, dann merkt ihr nur einen sehr kleinen Unterschied. Auf der rechten Seite statt eine 2 steht eine minus 2. Das Wettbe, um diese Gleichung zu lösen, werden genauso vorgehen wie auf der linken Seite. Ich werde auch hier erstmal mit 2 durchmultiplizieren. Damit haben wir erneut 2x minus 1 ist gleich. Und auf der rechten Seite steht da natürlich minus 4. Minus 2 mal 2 sind minus 4. Dann quadrieren wir. Und übrig bleibt nur noch 2x minus 1 ist gleich. Wenn ihr die minus 4 quadriert, verschwindet das Minuszeichen natürlich wegen dieser Hoch 2-Geschichte. Und aus diesem Grund steht die gleiche Zahl wie auf der linken Seite, also 16. Dann können wir wieder die 1 rüberbringen. Und haben dann 2x sind gleich 17. Also praktisch das gleiche wie auf der linken Seite. Deshalb geteilt durch 2. x ist gleich 8,5. Und jetzt kontrollieren wir erneut die Lösung. Ich setze wieder oben in die Gleichung ein. Also wir haben dann 1,5 mal Wurzel aus 2 mal 8,5 minus 1 soll das gleiche wie minus 2 ergeben. Allerdings kann das nicht der Fall sein. Wir haben schon die linke Seite hier ausgerechnet. Links. Es kommt 2 raus. Das bedeutet, am Ende hättet ihr jetzt eine falsche Aussage. Da steht 2 ist gleich minus 2. Das ist natürlich nicht der Fall. Und das bedeutet, dass diese Gleichung eigentlich keine Lösung hat. Das deute ich jetzt mit so einem Blitzer hier an. Also ihr seht, manchmal kann beim ersten Blick alles gut aussehen. Aber wenn die Kontrolle am Ende scheitert, sind die Lösungen natürlich ungültig. Und hier ist die zweite Beispielaufgabe. Die könnte ich höchstens als mittelschwer bezeichnen. Also schauen wir uns kurz die Gleichung an. Wenn ihr gleich am Anfang an Quartieren denkt, wäre das keine gute Idee, weil dadurch entsteht ein Term auf der linken Seite, den ihr wirklich nicht auflösen wollt. Deshalb empfiehlt sich hier an dieser Stelle erstmal die minus 1 einfach mal auf die andere Seite zu bringen, zu dem x. Entsprechend haben wir dann Wurzel aus 9 plus x². Hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite steht dann einfach x plus 1. Jetzt wäre Quadrieren eine gute Idee. Und das machen wir auch. Damit verschwindet die Wurzel auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, entsteht jetzt durch Quadrieren ein Binom. Diesen Binom könnt ihr natürlich mit einer binomischen Formel auflösen. Oder wenn die nicht mehr so gut in Erinnerung sind, schreibt die Klammer hier zweimal nebeneinander und multipliziert alles aus. Es ist genauso viel wert. Ich werde jetzt, weil es ein bisschen schneller geht, die binomische Formel nehmen. Und wenn ich das auflöse, dann habe ich an dieser Stelle x² plus 2x und am Ende noch plus 1. Jetzt wäre natürlich eine gute Idee, wenn wir alles auf eine Seite schieben. Also ich werde jetzt die zwei Terme, die links stehen, auf der rechten Seite schieben. Das heißt einmal minus 9 und dann nochmal minus x². Entsprechend bleibt hier nur eine 0 stehen. Und auf der rechten Seite x² minus x² verschwindet. Und es bleibt nur noch 2x und 1 minus 9 sind natürlich minus 8. Entsprechend können wir jetzt auch umformen. Entweder die 2x oder die minus 8 rüberbringen. Wir bringen jetzt einfach die 2x mit minus 2x rüber. Dann haben wir minus 2x sind gleich minus 8. Und am Ende noch geteilt durch minus 2. Somit lautet die Lösung x gleich 4. Und natürlich werden wir jetzt auf der rechten Seite auch diese Lösung kontrollieren. Also ich schnappe mir die 4 und setze hier in unserer Anfangsgleichung an. Entsprechend habe ich dann Wurzel aus 9 plus 4². Am Ende noch minus 1 ist gleich 4. Unter der Wurzel haben wir 9 plus 16. Das sind 25. Wurzel aus 25 sind natürlich 5. Da haben wir noch 5 minus 1 ist gleich 4. Somit ist 4 gleich 4. Also es kommt eine wahre Aussage bei der Kontrolle raus. Und das bedeutet, dass diese x gleich 4 tatsächlich unsere Lösung ist. Und hier ist die letzte Beispielaufgabe. Die würde ich jetzt nicht unbedingt das schwer bezeichnen. Mehr als gefährlich. Deshalb sage ich an der Stelle einfach mal Vorsicht. Was damit gemeint ist, seht ihr gleich. Also legen wir los mit der Gleichung. Genauso wie bei der dritten Aufgabe, empfiehlt es sich auch hier zuerst ein bisschen umzuformen. Also dieses x vorne könnte wir eigentlich rüberbringen mit minus x. Und dann haben wir 2 Wurzel x minus 2 ist gleich 1 minus x. Man könnte jetzt daran denken, auch diese 2 noch rüber zu bringen. Aber ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, dass die 2 auf der anderen Seite die Sache nicht besser macht. Deshalb lassen wir es hier, wo es ist. Es ist sowieso mit mal an dieser Wurzel verbunden. Und quartieren das Ganze. Vergiss nicht, die 2 wird mitquartiert. Das bedeutet, auch vorne werden wir dann 2 hoch 2, beziehungsweise 4 haben. Die Wurzel ist dann weg. Aber unter der Wurzel stehen zwei Terme. Deshalb kommt das Ganze nochmal in Klammer. Und auf der rechten Seite haben wir mal wieder ein Binom, den wir gleich auflösen werden. So, auf der linken Seite können wir die Klammer ausmultiplizieren. Das heißt, wir haben dann 4x minus 8. Und wenn wir auf der rechten Seite die binomische Formel anwenden, dann haben wir 1 hoch 2 sind 1, minus 2x und plus x². Wir könnten jetzt alles wieder auf eine Seite schieben. Ich bringe das jetzt alles wieder auf die rechte Seite. Also, minus 4x heißt das und plus 8. Entsprechend haben wir dann links nur noch eine 0 stehen. Und auf der rechten Seite werde ich dann auch nach der höchsten Potenz ordnen. Also, zuerst die x hoch 2. Dann folgt minus 2x minus 4x sind minus 6x. Und am Ende noch 1 plus 8 sind natürlich 9. Das ist eine quadratische Gleichung, die man entweder mit der ABC-Formel oder Mittenachsformel, beziehungsweise auch die Per-Q-Formel würde hier an dieser Stelle gehen, um sie zu lösen. Ich entscheide mich jetzt für beispielsweise ABC-Formel und dann können wir ja gleich sagen, x12 ist gleich minus minus, 6 ergibt natürlich plus 6, plus minus Wurzel aus 6 ins Quadrat, minus 4 mal 1 mal 9 und das Ganze durch 2 mal 1. Wenn wir die Zahlen unter der Wurzel zusammenfassen, dann kommt 0 raus. und Wurzel aus 0 ist 0. Das bedeutet, es gibt nur eine einzige Lösung hier, eine doppelte Lösung sozusagen. x12 ist gleich 6 geteilt durch 2, sind natürlich 3. Und jetzt wäre der richtige Moment, euch zu zeigen, wieso die Definitionsmenge beim Lösen von Wurzelgleichung eigentlich keine große Rolle spielt. Und dafür werde ich sie natürlich zuerst bestimmen müssen. Wie wir uns erinnern können, darf der Term unter der Wurzel nicht negativ sein. Das bedeutet, wenn ich die Definitionsmenge bestimmen möchte, dann muss ich voraussetzen, dass x minus 2 in diesem Fall größer gleich 0 ist. Und nach einer kleinen Umformung, also die bringen die minus 2 mit plus 2 rüber, haben wir dann x ist größer gleich 2. Also, die Definitionsmenge sagt uns jetzt, dass praktisch alle Zahlen, die größer gleich 2 sind, als Lösungen für uns in Frage kommen. Deshalb kontrollieren wir jetzt auch diese Lösung, die wir gerade rausbekommen haben, also die x gleich 3, indem wir sie oben in der Gleichung einsetzen. 3 liegt in der Definitionsmenge, also theoretisch müsste kein Problem geben. Also, wenn wir einsetzen, haben wir dann 3 plus 2 Wurzel aus 3 minus 2 und das Ganze soll 1 ergeben. Wir fassen natürlich wieder zuerst diesen Term unter der Wurzel zusammen. 3 minus 2 sind 1 und Wurzel aus 1 ist wiederum 1, ist gleich 1. Wenn wir jetzt die linke Seite zusammenfassen, dann kommt 5 raus und das soll gleich 1 sein. Das ist natürlich nicht der Fall und das bedeutet, dass das hier, diese x gleich 3, eigentlich keine Lösung dieser Gleichung ist, obwohl es in Definitionsmenge liegt. Und jetzt wollt ihr wahrscheinlich auch wissen, wieso sowas passieren kann. Ganz einfach. Quadrieren ist keine Äquivalenzumformung. Das heißt übersetzt, beim Quadrieren könnte eine Vorzeichenformation verloren gehen. Die entstehende wurzelfreie Gleichung kann mehr Lösungen besitzen, als die tatsächliche Wurzelgleichung. Und das ist auch hier der Fall gewesen. Deshalb braucht ihr die Definitionsmenge nicht zu überprüfen. Und bei allen Wurzelgleichungen steht dann nur eine Kontrolle dieser Lösungen, die man rauskriegt, notwendig, durch Einsetzen in die Ausgangsgleichung. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die in Zusammenhang mit diesem Thema Sinn machen könnten. Natürlich ist es wichtig, dass ihr auch Potenzgleichungen oder Bruchgleichungen lösen könnt, beziehungsweise Exponential- und Logarithmusgleichungen, sowie trigonometrische Gleichungen. Außerdem sind die Eigenschaften der Wurzelfunktion für verschiedene Aufgaben wichtig, wie Verschiebung, Streckung, Spiegelung, sowie die Umkehrfunktionen und ihre Eigenschaften. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und wenn euch das Video geholfen hat,